So, hauert ihr meine sehr verehrten Damen und Herren? Servus, grüßt euch! Heim probieren wir mal was aus, und zwar mit dem Handy mal flocken. Ihr wollt jetzt einen Festl-Flock, und das trifft sich ganz gut, weil was machst, was machst, wenn im... Schaff ich noch mal. Wenn im Nachbarn... Wenn im Nachbarn... Grüezi, was wüsst du von mir? Ganz ruhig! Mann! Oh s**t, du f***st noch mal! So, da sind wir wieder, noch die wir am Fest entfernt haben. Was macht man, wenn im Nachbarort ein Time-Up-Fest ist? Selbstverständlich! Mann, Geld! Und zwar... Das Ganze... Das hört man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, macht man dann selbstverständlich auch nicht alleine. Nein! Das Ganze... Machen wir dann mit ein paar lustige Leute, die alle die Trachter haben. Selbstverständlich! Ja, und wir sehen uns wieder, wenn wir am Festl-Sambau. So, jetzt sind wir wieder ein paar Meter weiter mit dem... Ralee! Und jetzt sehen wir da gerade der Arbeitnehmer mit einem Bulldog. Dann wollen wir natürlich hinschauen. Möchten wir mal die Kamera switchen, was? Da haben wir jemanden, der dort geruppert. Und der hat einen Hulzgreifer drauf. Irgendwie ein Narrisch! Warum der Hulzgreifer drauf? Wir verstehen es einfach nicht. Ein Fetzen-Fendt mit einem Hulzgreifer und einem Grupper. Er gehört mir das Hosentierlein. Und der greift kein Hulz, aber ihr habt den Hulzgreifer drauf. Verdammt noch mal! So, jetzt haben wir da gerade eine kleine Pause eingelegt. Ralee! Dann sitzen sie jetzt alle an den Banken und stehen uns ein wenig weit rum. Ralee! Ja! Aber das wird jetzt die drei Minuten. Ralee! Wir haben noch drei Kilometer auf den Mosbach. Und da werden wir jetzt auch noch rattern. So, da sind wir wieder eingestellt. Da haben wir schon ein bisschen oder ein paar Mausen. Wir können jetzt leider die Musik hineinschneiden. Sonst kriegen wir, glaube ich, mit der GEMA Probleme. Ralee! 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 Vielen Dank.